hallo liebe freunde heute mit battlefield 2 im multiplayer auf dem oman dalain server und ich denke wir spielen heute mal battlefield 2 habe ich mal aus dem schrank raus gekramt habe ich ganz hinten gefunden und da hatte ich wieder freude mal battlefield 2 zu zocken habe ich ja schon lang nicht mehr gezockt früher im klären habe ich natürlich viel gezockt aber das ist lange her das ist so aus sieben jahre her und jetzt spielen wir wieder mal also mal ein bisschen umstellen hier das ist doch ja so ich nehme sowieso den hier und das online das war überhaupt nicht da habe ich ja die richtigen server natürlich die Es wird nicht auf die Augen gesichert. UAV ist offline. Schnellung gesäubert und unter Kontrolle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vor Postel wird dabei sein. Ja, das war ziemlich übel. Sie waren nicht auf dem Weg. Wie wir erstmal wissen, wird die Hilfe hier. Verstanden? Sorry, mein's made up. Wie wir erstmal wissen, wird die Hilfe hier. Verstanden? Feindlichen Hubschrauber in den Wundervier. Auf Aufmerksamkeit hierher. URV hat keinen Treibstoff mehr. Übertragung wird beendet. Feindlicher Hubschrauber, Aufmerksamkeit. Feindlicher Hubschrauber, Aufmerksamkeit. URV in den Wundervier. Feindlicher Hubschrauber, Aufmerksamkeit. 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 URV ist online und überträgt. So. Sehr schön gelaufen. Wie wir erstmal mit ein bisschen Hilfe hier. Ne, momentan nicht. Verstanden. Stellung gesäubert und unter Kontrolle. URV hat keinen Treibstoff mehr. Übertragung wird beendet. Da kommt doch ein Hubschrauber oder sowas. Feindlicher Hubschrauber, Aufmerksamkeit. 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 Wie wäre es noch ein bisschen Hilfe hier? Vorintendant pattern, Krankheit. Okay. Pissar. Pissar. Schweinebacke. Lass mich in Ruhe, ihr Schweine. Mach, mach, mach. Geh mal runter, du kleine Sau. Mach, mach. Bald kommen sie hierher und werden mich töten. Oh nein, es kommt was. Die Luft ist rein. Stellung unter Kontrolle. Ende. Du kleiner Wichser. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Oder nicht gedacht, dass der da kommt. Wir haben Vorposten verloren. Die Luft ist rein. Mixer. Nein. Nein. Artillerie in Deckung. Keine Artillerie. Die Luft ist rein. Stellung unter Kontrolle. Ende. Die Luft ist rein. Schnellung gesäubert und unter Kontrolle gestellt, gut gemacht. Haha. Oh oh. Die Luft ist rein, Schnellung unter Kontrolle, Ende. Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Die Luft wird überrannt. Die Luft ist rein, Schnellung gesäubert und unter Kontrolle. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ach, treffe ich denn überhaupt noch oder nicht? Oh oh. 1, 0 kommt. Oh oh. Haben Vorposten verloren. Juhu. Juhu. Ja, nicht schlecht. Juhu. 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 Sober identifiziert. Vorrufen wird überrannt. Stellung gesäubert und unter Kontrolle. Der Zeit hat Oberang. Kämpft härter Soldaten. Feindlicher Heli im Anflug. Sober. Das? Kontrolle wieder hergestellt. Gut gemacht. Ja. Daj. Wieviel muss ich denn hier noch machen, Mann? Die Luft ist rein. Stellung unter Kontrolle. Ende. Stellung gesäubert und unter Kontrolle. Wir haben Vorposten verloren. Und wir haben vorhin das neue Flugzeug zu tun. Und wir haben vorhin das die Luft ist in der Zeit. Die Luft ist in der Zeit. Jaja. 7.10. Stellung gesäubert und unter Kontrolle. Passt. Stellung gesäubert und unter Kontrolle. 4-Hospen, unter Bayern. Ja. Oh, 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 oh. Stellung ersäubert und unter Kontrolle. Die Luft ist rein. Stellung unter Kontrolle. Ende. Sehr schön. Danke. Ich schulde dir was. Feindliche Rutscheinung. Rutscheinung. Haben Vorposten verloren. Feindliche Hubschrauber identifizieren. Feindliche Anflug. So was? Nein. Tschüss. Feindliche Hubschrauber identifizieren. Feindliche Hubschrauber identifizieren. Feindliche Hubschrauber. Merci. So liebe Freunde, für heute war das alles, vielleicht gibt es noch ein nächstes Mal. Okay, ich hoffe es hat gefallen, bis aufs nächste Mal, oder bis zum nächsten Mal, besser gesagt. Also, tschüss, tschaui.